Große Zeitersparnis durch Effizienz auf kleinstem Raum. Die Installation eines Heizsystems nimmt viel Zeit in Anspruch, da viele Komponenten benötigt und montiert werden müssen. Deutlich schneller geht es mit der Hydraulikbox Logaflow HB120. Alle essentiellen Systemzubehöre sind hier in einer Box bereits komplett vormontiert. Sie eignet sich perfekt in Kombination mit vielen Heizsystemen für den Neubau und die Modernisierung. Sie lässt sich schnell, sauber und fehlerfrei installieren, ganz ohne Bohren, Abdichten oder Isolieren. Das spart Zeit bei Planung und Installation. Durch die kompakte Bauweise wird zudem weniger Platz im Aufstellraum benötigt. Der bereits integrierte Anlagenschutz E hoch 3 mit Magnetitabscheider, Luftabscheider und Vollentsalzungsanlage sorgt zuverlässig für größtmöglichen Schutz. Damit ist für eine lange Lebensdauer der Anlage gesorgt. Dank gut erreichbarer außenliegender Anschlüsse ist die Logaflow HB120 für nahezu jede Raumbeschaffenheit geeignet und damit die ideale Hydrauliklösung für Neubau oder Modernisierung. So sparen Sie deutlich Zeit bei der Installation, die Ihnen hilft, einer steigenden Auftragslage und steigendem Zeitdruck entgegenzutreten. Die Logaflow HB120 – große Zeitersparnis durch Effizienz auf kleinstem Raum. Buderus – Heizsysteme mit Zukunft Buderus – Heizsysteme mit Zukunft Vielen Dank.